Natalie Stutzmann, auf der Bühne und unten im Graben, das sind wirklich zwei verschiedene Welten, die in der Oper zusammenfinden müssen. Nun sind Sie eine Sängerin und eine Dirigentin, Sie kennen also beide Welten. Hier in Bayreuth dirigieren Sie in diesem Jahr erstmalig den Tannhäuser. Wie anders empfinden Sie denn diesen gedeckelten Graben im Vergleich zu anderen Opernhäusern? Dieser Graben ist einzigartig, das ist ja weltweit bekannt. Und ich kann es wirklich nur bestätigen, dieser Graben klingt wie kein Zweiter. Er ist sehr heikel. Einmal die Art seines Klangs, dann, dass man sich am Pult nicht auf das verlassen kann, was man dort hört, sondern sich vielmehr auf seinen Assistenten verlassen muss. Das funktioniert also nur als Gemeinschaftsprojekt mit Menschen, die für einen im Saal sitzen. Aber es gefällt mir, in diesem Graben zu dirigieren. Ich war im Vorfeld ziemlich besorgt, was mich hier erwarten würde. Und ich befürchtete schon, ich würde es schrecklich finden. Aber stattdessen macht es mir wirklich Spaß. Mystischer Abgrund, so hat Wagner selbst diese Konstruktion des Grabens mit dieser Art Deckel beschrieben, der diesen Orchesterklang auf die Bühne werfen soll. Wie schaffen Sie das denn, das so ausgewogen zu registrieren, damit die Sängerinnen und Sänger oben wirklich gut über die Rampe kommen? Zuerst ist da mal der Fakt, dass auch die Akustik im Festspielhaus sehr besonders ist. Die Sänger können hier flüstern und müssen nicht die ganze Zeit laut singen, und trotzdem hört man sie. Jedenfalls hatten wir keine großen Balanceprobleme mit ihnen. Irgendwie scheine ich das instinktiv gut im Griff zu haben. Allerdings bin ich hier in Bayreuth wirklich auch viel zu den Kollegen in deren Proben gegangen und habe im Saal zugehört. Die Akustik hier ist so anders und speziell. Je mehr Sie hier hören, umso mehr können Sie sich auch vorstellen, was Sie unten im Graben machen müssen, damit es so oder so klingt. Aber man muss sich ganz schön ins Zeug legen, um den Klang zu kriegen, den man möchte. Alles klingt draußen viel softer, als man meint. Wenn Sie zum Beispiel etwas besonders artikulieren wollen, damit es klar und transparent klingt. Sie sehen auch die Musiker, wie Sie sich dafür ins Zeug legen. Und unten klingt es auch genauso, wie Sie es haben wollen. Und dann fragen Sie nach draußen, aber im Saal kommt davon offensichtlich so gut wie nichts an. Das bedeutet also, Sie müssen alles hervorheben. Die Dynamik, die Artikulation, die Farben, die Flexibilität der Farben, die Harmonien, die Stimmen, die Gegenstimmen. Daran habe ich wirklich viel gearbeitet während der Proben. Geholfen hat mir natürlich, da ich selbst lange gesungen habe, die Probleme meiner Sängerfreunde zu verstehen. Und natürlich tue ich alles, um sie oben auf der Bühne zu unterstützen. Und das ist alles wirklich ganz schön herausfordernd. Aber auf der anderen Seite auch eine wunderbare Atmosphäre, weil sie ausschließlich mit Menschen zusammen Musik machen, die nur da sind, weil sie Wagner wirklich lieben. Heißt das auch, Sie müssen tatsächlich übertreiben, um den Effekt zu erzielen im Raum, den Sie sich vorstellen? Zunächst mal müssen Sie eine genaue Vorstellung davon haben, was Sie eigentlich hören wollen. Das habe ich mit meinem Assistenten genau abgestimmt. Ich habe ihm ganz genau gesagt, was ich an jeweils welcher Stelle erreichen möchte. So konnte er das überprüfen und mich dann sozusagen leiten, damit ich genau diese Effekte erziele. Sie haben schon beschrieben, wie anders das Orchester im Graben klingt im Vergleich zum Raum. Aber wie hören Sie unten im Graben denn die Sängerinnen und Sänger? Manchmal, so gut wie gar nicht, je nachdem, wo sie stehen. Das ist wirklich heikel. Wenn sie weit hinten stehen oder in einem großen Ensemble, wenn auch das Orchester ordentlich zu tun hat und Mezzo-Pforte oder Forte spielt, dann ist es manchmal echt schwer, überhaupt noch was von den Sängern mitzukriegen. Verunsichert Sie das nicht? Na klar. Zuerst denken Sie natürlich, dass das Orchester zu laut ist. Dann fragen Sie den Assistenten. Dann befürchten Sie, Sie könnten nicht zusammen sein. Aber dann gibt es noch was anderes, das sehr wichtig ist bei Wagner und weshalb ich mich als Dirigentin auch sehr mit Wagner beschäftigt habe und ihn bewundere. Und das ist der Fakt, dass sich alles auf die Musik bezieht. Es geht nicht in erster Linie um die Gesangsstimme. Alles, was er vorhat, vermittelt sich durch das Orchester. Sie könnten die Musik ganz ohne Sänger aufführen und würden doch spüren, was er musikalisch will. Alles steckt im Orchester-Part. Und auf diesem musikalischen Fundament müssen die Sänger sozusagen fliegen oder fließen. Das ist das Gegenteil von Bel Canto, wo Sie als Dirigent auf die Sänger hören und sie begleiten. Hier aber hat das nichts mit begleiten zu tun. Sie kreieren sozusagen die musikalische Basis, auf der sich alles bewegt. Sie bereiten den Boden, damit die Sänger mit Spaß darauf abheben können. Das werden Sie sich als Sängerin und als Dirigente natürlich sehr gut vorstellen können und sehr gut vermitteln können. Aber wie nah ist Ihnen als Französin denn dieses deutsche Repertoire mit dieser ja auch etwas speziellen Sprache? Naja, ich bin zu schüchtern, um in diesem Interview auf Deutsch zu antworten. Aber ich spreche Deutsch. Und ich habe ja auch deutsche Wurzeln, wie man an meinem Namen unschwer erkennen kann. Meine Familie kam ursprünglich aus der deutschsprachigen Schweiz und aus Münster. Aber sie zogen dann ins Elsass. Ich habe sozusagen deutsches Blut in mir. Und mein Deutsch ist nicht so schlecht. Und natürlich habe ich mich auch sehr mit diesem Text beschäftigt. Und überhaupt, als Sängerin habe ich ja schon alle möglichen deutschen Lieder gesungen. Das war mein Hauptrepertoire. Deshalb ist Deutsch für mich natürlich sehr vertraut. Nun ist dieser Tannhäuser in Bayreuth alles andere als ein klassischer Tannhäuser. Es gibt da einen Clown, also der Tannhäuser als Clown, Venus im Glitzerkostüm. Vermutlich eine komplett andere Produktion als die, die Sie 2019 in Monte Carlo gemacht haben. Wie empfinden Sie diese Inszenierung von Tobias Kratzer? Mir gefällt diese Produktion wirklich gut, weil sie intelligent gemacht ist. Ich habe keinerlei Problem damit, dass die Zeit, in der das Ganze spielt, ins Heute verlegt wurde. Solange das Sinn ergibt und die Musik nicht torpediert, ist mir das recht. Und außerdem gefällt mir der Subtext, der mitschwingt, der andere Charakter, besonders beim Tannhäuser. Das ist ganz gewiss keine Figur, die das Publikum sofort ins Herz schließt. Es wird sich vermutlich lange schwer damit tun, ihn zu lieben oder auch nur Mitleid mit ihm zu haben. Umso mehr mag ich, dass man schließlich am Ende doch an den Punkt kommt, dass man mit Tannhäuser mitschwingt und ihn gern hat. Es gibt viele lustige Momente. In der Produktion steckt viel Humor. Aber im dritten Akt, da spielt Klaus-Florian Vogt den Tannhäuser dann wirklich so, dass einem vor Rührung die Tränen kommen. Das ist schön, wie sie selbst mitfiebern als Dirigentin mit dem, was auf der Bühne stattfindet. Das kann ich mir vorstellen, ist bestimmt eine sehr besondere Situation. In Bayreuth wird ja die Dresdner Fassung des Tannhäuser gespielt. Es gibt aber noch eine Pariser beziehungsweise eine Wiener Fassung und manche sagen ja, die seien musikalisch noch reicher, wenn auch nicht ganz so homogen. Welche ist Ihnen denn die liebste? Welche Fassung? Ach, das ist so eine Sache. Wissen Sie, ich habe ja sogar mal die Pariser Fassung gemacht, also die in französischer Sprache, die Wagner für die Pariser Oper erstellt hat. Mir gefällt die Dresdner Fassung grundsätzlich gut. Das Einzige, was mir da fehlt, ist das Bacchanal beim Venusberg, das es in der Pariser Fassung am Ende der Overtüre gibt und das fantastisch ist. Die Orchestrierung in der Dresdner Fassung ist vielleicht noch nicht so ausgefeilt wie in den späteren Versionen, besonders im ersten Akt. Aber dafür ist sie logischer und einfacher zu verstehen und auch weniger heikel, um herausarbeiten zu können, wie der erste Akt musikalisch aufgebaut ist. Weil Sie die Pariser Fassung gerade angesprochen haben, wie, ich kann es mir nämlich wirklich nicht vorstellen, wie funktioniert denn Tannhäuser auf Französisch, diese Musik mit französischer Sprache? Das war auch für mich eine große Überraschung, denn mir ging es genauso. Ich konnte es mir genauso wenig vorstellen. Aber das Erstaunliche war, an Stellen, wo die Musik sehr durchsichtig klingen muss, ob im Orchester oder in den Ensembles oder im Chor, da sorgte das Französische irgendwie dafür, mehr in diese postromantische Transparenz zu kommen. Und dann verstehen sie plötzlich auch, warum ein Mann wie Debussy als Opernfreund so fasziniert von Wagner war. Und sie begreifen auch, warum Wagner so viele andere beeinflusst hat, ob nun Chauson oder Debussy oder Du Parc. Und zwar so sehr, dass sie dann selbst versuchten, in gleicher Weise zu orchestrieren. Also man versteht anhand dieser französischen Version eine ganze Menge. Und sie funktioniert erstaunlicherweise viel besser, als man so meint. Natalie Stutzmann, gibt es denn in Bezug auf Wagner etwas, das Sie mitnehmen aus dieser Produktion hier auf dem grünen Hügel? Also etwas, das man von diesem Original-Schauplatz lernen kann? Da gibt es vieles. Als Dirigentin, als Dirigent müssen Sie natürlich eine starke Figur sein. Sie müssen für jeden einzelnen Takt ganz genau wissen, was Sie wollen. Aber hier in Bayreuth müssen Sie alles zusätzlich auch kommunizieren. Sie können es nicht einfach laufen lassen und darauf bauen, dass es funktioniert. Und Sie müssen absolut flexibel sein, weil die Bedingungen es einfach erfordern. Sie müssen sich wirklich auch auf Ihre Assistenten verlassen. Sie müssen in den Saal, Sie müssen runter in den Graben. Sie müssen mit dem Orchester sprechen, um zu verstehen, was dessen Mitglieder von der Bühne überhaupt hören und was Sie vom Pult aus noch besser zeigen müssen. Und was ich wirklich bewundere ist, jeder, der hier ist, will auch wirklich hier sein. Eine solche Hingabe, das ist wirklich einzigartig in einer solch großen Gruppe. Von diesem Orchester können Sie alles verlangen. Es ist Ihnen nichts zu viel. Sie können absolut eintauchen in die Musik. Jeder will hier der Musik dienen. Sie haben es ja eben schon angesprochen, Autorität ist wirklich ganz wichtig beim Dirigieren. Wie verschaffen Sie sich diese Autorität? Autorität kann man nicht erzwingen. Und man sollte es auch nicht. Wenn man keine Führungsnatur ist, dann sollte man nicht dirigieren. Führen heißt, eine Vision zu haben und diese auch einer großen Gruppe Menschen nahe zu bringen. Die Autorität kommt vom Wissen. Wenn Sie wissen, was Sie wollen und auch die Fähigkeit besitzen, das anderen klarzumachen, dabei auch Ihre Gefühle vermitteln können und wenn Sie verstehen, die Menschen mitzuziehen, wenn Sie überzeugend sind, dann klappt das. Nur so zu tun, als ob man Autorität habe, das funktioniert überhaupt nicht. Sie müssen es schaffen, dass Ihre Gruppe wirklich genau das möchte, was Sie selbst vorgeben. Das ist der einzige Weg, um wirklich gute Musik entstehen zu lassen. Es muss allen Spaß machen. Sie haben es eben schon gesagt, Autorität verschafft man sich durch Können, durch Verständnis für die Musik. Hilft Ihnen dabei, dass Sie mal Sängerin waren? Also merken Sie, dass Sie da ein anderes Standing auch bei den Sängerinnen und Sängern auf der Bühne haben? Ja, natürlich. Es ist ein großer Vorteil für mich, selbst ganz genau ermessen zu können, was es heißt, auf der Bühne zu stehen und zu singen. Wie es sich anfühlt, wie die Verbindung zum Dirigenten funktioniert, wie man atmet, wie man das richtige Tempo findet. Natürlich muss das im Einklang mit der Partitur stehen, mit den eigenen Tempoideen. Aber immer mit der Flexibilität, den Sängern jeweils zu helfen, wie sie es eben gerade brauchen. Sänger sind anders als Instrumentalisten. Ihr Instrument ist der Körper und nicht ein Tag ist wie der andere. Man muss wissen, wie schwierig dieser Beruf ist, aber wie schön er auch sein kann. Das kenne ich natürlich alles ganz genau. Ich bin hier, um sie zu leiten und sie zu unterstützen. Ich bin nicht dafür da, sie zu begleiten. Meine Verantwortung als Dirigentin ist, meine Vision, also die Musik in meiner Seele, wirklich allen Beteiligten zu vermitteln. Sie sind sozusagen eine Führungsnatur im Graben für Ihre Künstler auf der Bühne. Natalie Stutzmann, auf dem Höhepunkt Ihrer sängerischen Karriere haben Sie im Grunde zum Dirigieren gewechselt. Was hat Sie dabei getriggert? Was gab den Ausschlag dafür? Eigentlich habe ich das da gar nicht erst entschieden. Ich wollte schon immer Dirigentin werden. Ich bin mit Musik groß geworden. Meine Eltern waren beide Sänger. Ich habe schon früh Klavier gespielt. Dann kamen noch Fagott und Cello dazu. Und als Teenager habe ich auch Dirigierstunden genommen, weil mich das sehr fasziniert hat. Mein Lehrer war allerdings ein rechter Grantler. Und es hat ihm überhaupt nicht gepasst, dass ein Mädchen sich rausnimmt, sich für Dirigierstunden anzumelden. Das ging ein Jahr so. Dann hat er alle Jungs das Orchester mal dirigieren lassen, nur mich nicht. Ja, da habe ich gewusst, dass die Zeit damals einfach noch nicht reif war für Mädchen am Pult. Also habe ich weiter Fagott gespielt, auch im Orchester. Auch mit dem Klavier habe ich weitergemacht. Und mit 17 kam dann noch Gesangsunterricht dazu. Und da stellte sich dann schnell raus, dass ich diese besondere Kontra-Altstimme habe. Kurze Zeit später gewann ich einen internationalen Wettbewerb. Und so nahm plötzlich meine Karriere als Sängerin Fahrt auf. Aber ich habe trotzdem meinen Traum, Dirigentin zu werden, nie aufgegeben. Ich war einfach nur geduldig, begann als Konzertsängerin und hatte eigentlich die beste Ausbildung, die man sich als Dirigentin wünschen kann. Denn ich sang mit den besten Dirigenten, zum Beispiel Karajan und den ganz Großen. Ich besuchte ihre Proben und ich saugte alles auf wie ein Schwamm. Das hat mich als Musikerin geprägt. Ich fühlte mich nicht unbedingt als Kontra-Alto, sondern als Teil des Orchesters. Ich blieb auch bei den Proben dabei, wenn ich nicht dran war. Ich studierte, was sie tun. Eigentlich müsste jeder junge Dirigent davon träumen, so viel Input zu erleben wie ich. Als ich dann beschloss zu wechseln, da hatte ich als Sängerin eigentlich schon alles erreicht. Und ich hatte das Gefühl, dass sich die Zeiten inzwischen etwas geändert hatten, zugunsten meines Wunsches. Inzwischen war das Thema Gleichbehandlung sowohl in der Politik als auch in der Gesellschaft viel mehr angekommen. Also habe ich es einfach versucht. Aber ich muss aus heutiger Sicht sagen, ich war ziemlich naiv. Ich habe überhaupt nicht weiter darüber nachgedacht, dass es vielleicht ein Problem sein könnte, als Frau zu dirigieren. Der Anfang war wirklich hart, viel schwieriger, als ich gedacht hätte. Aber ich hatte nun mal Feuer gefangen und ich musste einfach weitermachen. Und wie ist das heute? Als Frau im Graben, ist das überhaupt noch ein, ist das noch ein Issue? Well, you know, it's hard to know. I mean, honestly, I never see me myself as a woman conductor or a woman in the grab. I am just a conductor. A conductor is a function. Gar nicht so leicht zu beantworten. Ich selbst empfinde mich ja überhaupt nicht als Frau im Graben. Ich bin einfach Dirigent. Dirigent zu sein, das ist eine Funktion. Und wenn mir diese Aufgabe gut gelingt, dann hoffe ich inständig, dass die Leute nicht darüber nachdenken, ob da eine Frau oder ein Mann steht, sondern wie gut ich dirigiere. Ja, ich denke, manchmal ist es noch ein Thema. Aber die Frage ist auch irgendwie schwer zu beantworten. Alle Dirigenten haben irgendwann mal Probleme. Auch die Männer. Und manchmal wird man halt einfach nicht gemocht. Warum auch immer. Das muss nicht unbedingt damit zusammenhängen, dass man nun mal gerade eine Frau ist. Ich weiß einfach, dass ich ein paar Vorteile habe, dass ich physisch sehr stark bin. Aber das ist es auch schon. Und ich hoffe, dass es in der Zukunft für jede begabte Frau noch einfacher wird, diesen Beruf auszuüben. Es ist ja schon viel leichter geworden als, sagen wir, vor zehn Jahren. Und das ist auch gut so. Hier in Bayreuth bin ich die zweite Frau am Pult. Und das ist auch gut. Denn ansonsten war ich immer überall die Erste. Und dass ich die Zweite bin, beweist doch auch, dass sich auch hier etwas ändert. Das klingt für meine Ohren so, Natalie Stutzmann, als müssen Sie sich keine Gedanken mehr darüber machen, als Frau im Graben zu stehen. Und Sie tun es auch nicht und Sie brauchen es auch nicht. Das ist doch das beste Zeichen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie den Tannhäuser und das gesamte Personal dieser Oper weiter gut durch die Partitur und durch die Aufführung führen. Toi, 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 haben Sie recht. Herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Es war viel Spaß. Vielen Dank.